Hier stellen wir euch Martin vor. Martin ist unser Notfällchen, weil Martin ist taub. Martin ist fünf Monate alt, wird eine Endgröße von vielleicht 55 Zentimeter plus minus bekommen. Und wie ihr sehen könnt, er ist wunderschön. Martin ist ein ganz ruhiger Hund. Also er ist für sein Alter sehr ruhig, ist kein so überdrehter, quirliger, kleiner Welpe. Also er ist wirklich wunderbar zu haben. Und lasst euch nicht abschrecken durch seine Taubheit. Auch taube Hunde sind wunderbare Familienhunde. Man kann mit ihm ein schönes Training beginnen, vielleicht mit einem Vibrationshalsband, dass er weiß, wann man ihn ruft. Er hört einen ja nicht, aber er spürt es in dem Moment. Und ein guter Trainer bringt es mit Sicherheit auf den Punkt mit ihm. Schaut ihn an. Also er ist wirklich ein ganz, ganz netter, kleiner Welpe im Moment. Wie gesagt, er wird größer werden. Mit ruhigen Kindern mit Sicherheit auch kein Problem. Vielleicht nicht so ganz kleine Kinder, die ihn unkontrolliert immer mal wieder bespaßen möchten. Etwas größere Kinder könnte ich mir hier gut vorstellen. Und ja, also im Endeffekt ein wunderbarer, wunderbarer Familienhund. Er ist eine Augenweide. Also er ist wunder, wunder, wunderschön. Und wenn er mal angekommen ist, dann mit Sicherheit ein ganz, ganz toller Spielkamerad. Für die Kinder, für die ganze Familie.